Für mehr Lebensqualität, die Villa Gaza, euer Vermarkter für Wohnungen. Mein Name ist Markus Gerber. Die Schminian, ein Glas Rotweiderhang und die Sicht auf eine Thunesee – das ist Erholung pur. Ein Dreiehalbzimmer-Dachwohnung mit viel Platz, Estrich, zwei Balkone und im Schlafzimmer bereits eine Einbauschaft. Dort habt ihr die Frage oder Wünsche der Besichtigung. Für eure Lebensqualität stehen wir euch sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020